Ja. Wo willst du hin? Die fette Arschbacke da oben hat dich und Token manipuliert, weil er meint, dass Schwarze zusammengehören. Der war das? Oh nein. Danke, danke euch allen. Das war's, was ich sagen wollte. Das und, dass das Batmobil draußen steht. Im Ernst, Leute, das Batmobil steht vor dem Stadion. Hört! Boah! Token? Hey. Hallo. Token, es tut mir wirklich leid. Ich dachte, du wolltest nur was von mir, weil ich schwarz bin. Mir tut das auch leid. Anfangs wollte ich gar nicht mit dir reden, weil du schwarz bist. Glaubst du, wir könnten... Willst du immer noch? Vielleicht können wir es nochmal versuchen. Es wird uns immer jemand komisch angucken, weil er meint, wir müssen zusammen sein. Sollen sie doch gucken. Ist mir egal. Mir ist es auch egal. Ich glaube, dass du ein toller Mensch bist und deine Hautfarbe spielt überhaupt keine Rolle. Ja! Oh mein Gott, das ist so süß. Auf dieser Welt findet alles irgendwann seinen Platz. Das stimmt, Amor Eric. Wenn Leute sich so ähnlich sind, gehören sie zusammen. Genau. Und ich habe auch jemanden gefunden, der dir sehr ähnlich ist. Wirklich? Da ist sie. Was? Fick dich, Amor Eric. Fick dich selbst. Hör auf, lass das! Nein! Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020